So, hallo, jetzt bin ich im Rathaus der Stadt Koblenz und ich bin im Sitzungssaal 220, wie ihr seht, ist ja hier sehr schön und es ist öffentlich und es ist eine öffentliche Sitzung, die stattfindet vom Fachbereich 4 der Stadt Koblenz und das ist wie gesagt die Tagesordnung. Der erste ist die öffentliche Sitzung, also der erste Teil, der zweite Teil ist Unterrichtung, dritter Teil sind Anträge, die sind diesmal nicht und viertens ist nicht öffentlich, da geht es um das Rosenquartier, da muss noch ein Gutachten unterrichtet werden, darum ist es nicht öffentlich, also ist rausgenommen worden, daher ist das der Nachtrag und hier ist wie gesagt die Tagesordnung mit Punkt 1 öffentlicher Teil und Punkt 2 Unterrichtung und dieser Teil übers Rosenquartier ist halt rausgenommen worden, später halt hier in Punkt 4 nicht öffentliche Sitzung und das ist hier wie gesagt der Nachtrag für heute, den 10.04. 2018 und wir befinden uns wie gesagt im Rathaus der Stadt Koblenz am Rhein in Rheinland-Pfalz und ja, ich bin gespannt wie das ist und ich schwenke noch einmal, öffne diesen Schritt, einmal nur ganz kurz, wie ihr seht, so sieht das aus, das ist der Fachbereich, der Fachbereichsausschuss 4, da steht es nochmal, Fachbereichsausschuss 4. Dann alles Gute und es steht da, es grüßt Peter.